Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich aufputzt, einen zweipoligen Heizungsnotschalter mit Kontrollleuchte fachgerecht anschließen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schallplan an, wie das Ganze jetzt eigentlich funktioniert. In meinem Fall kommen wir mit einer 3-artigen Zuleitung, nimm 3x1,5mm² zu unserer Verteilerdose. Von dort aus geht es weiter mit einer 5-artigen Leitung, weiter zu unserem Heizungsnotschalter und dann weiter mit einer 3-artigen Leitung zu unserem Heizraum. In meinem Fall habe ich das Ganze jetzt mal mit einer Lampe simuliert. Der blaue Neutralleiter geht erstmal auf unseren Heizungsnotschalter drauf, und zwar bei der Eingangsklemme L. Wir haben zwei Stück, welche mit L gekennzeichnet sind, auf welche genau ist das erste Mal vollkommen egal. Danach wird das Ganze geschaltet und da wir hier jetzt leider bei einer 5-artigen Leitung nicht zwei blaue Neutralleiter haben, müssen wir bei der Ausgangsklemme, welche mit so einem Pfeil gekennzeichnet ist, erst einmal den grauen Außenleiter für den blauen Neutralleiter verwenden. In der Verteilerdose können wir dann aber mit dem blauen Neutralleiter ganz einfach weitergehen. Der grünen Geibelschutzleiter hier, den benötigen wir bei unserem Schalter nicht, weswegen wir diesen auch direkt zum Heizungsraum durchführen können. Und der meistbraune Außenleiter L1 von meiner Zuleitung, der geht jetzt ebenfalls auf den Heizungsnotschalter drauf, wieder bei der Eingangsklemme L, also bei der anderen. Von dort aus wird das Ganze geschalten. Und bei der Klemme, welche sich direkt darunter befindet dann, welche ebenfalls mit so einem Pfeiligen kennzeichnet ist, geht es dann weiter mit dem schwarzen Außenleiter. Und von der Verteilerdose aus dann mit dem braunen Außenleiter weiter zu meinem Heizraum. In der Praxis kommen wir von links drüben mit unserer 3-artigen Zuleitung direkt zu unserer Verteilerdose. Hier habe ich das Ganze jeweils auf ca. 15 cm abgemantelt und 1 cm von dem Mantel noch in die Dose überstehen lassen, um einfach auch eine entsprechende Zugentlastung zu haben. Hier nach oben geht es mit der 3-artigen Leitung weiter zu meinem Heizungsraum. Also ich habe jetzt die Lampe hier angeschlossen und nach unten mit der 5-artigen Leitung zu meinem Heizungsnotschalter. Das Gehäuse habe ich zuvor natürlich schon mit einer Wasserwaage sauber ausgerichtet und mit den entsprechenden Schrauben hier festgedreht. Die Leitung habe ich ab Gehäuse Eingang um gute 10 cm länger gelassen. Das sollte auch auf jeden Fall passen. Und die Schellen hier sind einen maximalen Abstand von dem Gehäuse und vor allem auch von der Verteilerdose von 10 cm anzubringen. Und wenn das Ganze passt, dann müssen wir mal unsere Leitung noch so abmanteln, dass hier ca. 1 cm in unser Gehäuse noch übersteht. Wenn auch das passt, kann ich mal meine Leitungsführung aus dem Gehäuse herausnehmen. Dort sollte normalerweise schon so ein Loch drin sein. Wenn nicht, muss ich hier natürlich noch nachträglich eins reinmachen. Und danach gebe ich einmal diese Leitungsdurchführung auf meine Leitung dementsprechend drauf. Und jetzt ist wichtig, man sollte das Ganze auf jeden Fall etwas höher erst einmal schieben und anschließend wieder einen Ticken zurückziehen. Dadurch stülpt sich jetzt nämlich hier oben das Gummi um und somit kann sich auch kein Stauwasser hier oben bilden. Und danach gebe ich das Ganze natürlich wieder in mein Gehäuse hier hinein. Als nächstes isoliere ich mal alle Leiter auf genau 11 mm ab, so wie es für meine Klemmen auch passend ist. Und danach habe ich meinen grün-gelben Schutzleiter, welchen ich ja hier jetzt nicht benötige, sicherheitshalber schon mal auf die vorhandene Klemme hier unten draufgegeben. Wenn so eine Klemme bei dir nicht vorhanden ist, einfach so eine einzeln noch hernehmen, das Ganze hier verdrahten und in unserem Gehäuse schön verstauen. Wenn alles passt, kann ich meinen Einsatz auch schon mal richtig verdrahten. Hier oben links bei der Eingangsklemme L kommt mein brauner Außenleiter drauf. Hier rechts oben bei der Eingangsklemme L mein blauer Neutralleiter. Unten links habe ich meinen schwarzen korrespondierenden Leiter links draufgegeben und hier unten rechts meinen grauen Außenleiter. Danach unseren Einsatz schon mal grob hier hinten drin verstauen und dann kann ich nämlich auch schon hier vorne einmal das Gehäuse dementsprechend draufgeben und bei den zwei Schrauben hier festdrehen. Zum Schluss noch die Blende von vorne mit etwas Schmackes draufgeben und schon ist unser Heizungs-Not-Schalter richtig angeschlossen und wir schauen uns mal noch unsere Verteilerdose hier oben drüber genauer an. Zuerst einmal lege ich mir meine drei grün-gelben Schutzleiter auf der rechten Seite mit genug Reserve nebeneinander, mache danach dasselbe Spiel mit meinem braunen Außenleiter meiner Zuleitung und meinen braunen Außenleiter, welcher runter zu dem Schalter geht. Kann danach auch meinen blauen Neutralleiter meiner Zuleitung und den blauen Neutralleiter, welcher zum Heizungs-Not-Schalter runtergehen, nebeneinander liegen. Mache danach dasselbe mit dem schwarzen Außenleiter von meinem Schalter hier unten und dem braunen Außenleiter, welcher zu meinem Heizungsraum bzw. meiner Lampe jetzt geht. Und zum Schluss natürlich auch noch mit dem grauen Außenleiter von meinem Schalter hier unten und dem blauen Neutralleiter von meinem Heizungsraum bzw. der Lampe. Wenn wir das haben, kürze ich alle Leiter mit einem Seitenschneider mal auf dieselbe Länge ab und isoliere sie für meine Klemmen wieder genau auf 11 mm ab. Im nächsten Schritt verdrahte ich mal alle Leiter laut meinem Schallplan miteinander und kann anschließend alle meine Leiter mal ordentlich in der Verteilerdose verschwinden lassen, um danach meinen Deckel hier vorne drauf machen zu können. Und jetzt gebe ich mal wieder Spangen auf das System und prüfe alles auf Funktionalität. Ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus und somit haben wir einen Heizungs-Not-Schalter mit einer Kontrollleuchte auch schon aufputzfachgerecht angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Aufputz-Heizungs-Not-Schalter, verschiedene Leitungen oder auch eines der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.